Ja, wir haben wieder mal versammelt, neue Aufnahme-Session. In das Schneegebiet. In das Schneegebiet. In das Schneegebiet. Laut von Innserreue überjagt. Leicht bekleidet rum. Ist klar. Also für Schneegebiet. Also ich würde jetzt nicht zu dem T-Shirt hier rumlaufen. Auch wenn ich aktuell bei dem realistischen Wetter draußen habe ich kein Problem mit T-Shirts. Bei dem realistischen Wetter draußen, bei dem wir draußen. Ja, ich würde alle eh voll sagen. Und dann hat es nicht funktioniert. So, warte mal. Erst mal tägliche Herausforderungen gucken. Allgemein Gold-Johannes-Bären gesammelt. Ach so, erst mal Distanz. Die ein gegnerischer Nichtspieler-Charactera mit dem Lasso beim Reiten gezogen wurde. Ey, das können wir gut. Das können wir in der Tat gut. Aber das Einzige, was ich komisch finde, ist die Missionen. Für Hamish Sinclair. Wer ist Hamish Sinclair? Das hatte ich noch nie. Das war doch noch nie. Hamish Sinclair. Gibt es eine neue Story vielleicht? Ich wollte gerade gucken. Warte, wie öffnete man denn nochmal die Karte? Ähm, Options. Oh Gott. Direkt alles vergessen. Boah, wo sind wir denn? Wir sind auch schon wieder... Gas. Hier gibt es einmal für Gas. Hä? Was ist das denn? Aber das sind alles Sachen... Hamish Sinclair. Oh, Gas ist ein erfahrener Trapper, der einzigart, der Amulette, Kleidung und Ausrüstung herstellen kann, wenn du ihm die Materialien bringst, die er benötigt. Außerdem verkauft er Tiere, Tierhäute, Fälle und Federn. Ah, Gas. Das heißt, es gibt es nicht da noch mehr... Nee, gibt es da nicht auch mehr Schlachter dann? Also es gibt auf jeden Fall jetzt mehr... Es gibt wenig Schlachtplätze. Äh, Schlachtplätze. Ich sehe das an. Alles klar. Aber der Trepper... Trepper. 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 Nein, ich nenne ihn Trepper. Der hat jetzt mehr Standorte irgendwie, oder? Oder er hat jetzt einfach nur Namen bekommen. Das könnte auch sein. Ja, ja, nein. Ich glaube, er hat... Oder? Warte, ja. Nein, aber hier ist Gas. Es ist immer nur Gas. Nee, das sind alles Gas. Es ist alles ganz viel Gas. Gas ist überall. Oh, okay. Wenn es ganz viele Paulas und Lisas gäbe. Die Gastin-Version. Aber ich bin überfordert. Dachte ich dann, hä? Ich weiß nicht, wer Sinclair ist. Aber wo sollen wir ihn denn herbekommen? Also Aufträge für... Also Fakt ist, wir brauchen Gold. Für die... Ja, für die Naturkundler. Weil wir wollen das natürlich auch austesten. Ist ja klar. Richtig. Richtig. Also müssen wir auf jeden Fall täglich eine Herausforderung machen, damit wir da irgendwie vorankommen. Wie viel Gold hast du aktuell? Exakt. Ich habe aktuell... Warte. 18. Okay. Dann bist du auf jeden Fall näher dran. Ich habe 12, äh, 12. Also 12 ungefähr. Ja, okay. Aber es geht ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so... Nee. Also, aber wir sollten schon uns täglich herausfordern. Jetzt mal ein bisschen gezielter, glaube ich. Das denke ich auch. Also wir haben bis jetzt immer reingeguckt und es danach komplett vergessen. Ja, äh, genau. Wir haben nur eine Sache gemacht und dann was auch. Okay. Äh, ging auch schon. Ja, dann, äh, machen wir... Ja. Würde ich sagen, wir reiten zu einem Gold-Johannesbären, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Aber bei Gold-Johannesbären sind wir ja auch schon... Oh, aber das gibt es doch in... Gibt es die nicht an einem Linksort? Entweder man kann Johannesbären entweder, aber Gold-Johannesbären sind, glaube ich, nur in Sachen in Richtung Van Horn und Ennisburg. Ja? Ja, also da sind sie auf jeden Fall. Da war ich sie safe, so. Ja, dann könnten wir vielleicht das als so Wegpunkt machen. Und auf dem Weg können wir Kräuter sammeln und verkaufen. An Valentine können wir Kräuter verkaufen. Genau, Valentine machen wir Stop drin, ähm, mit Ziemstern verplanen. Götteschnall gewechselt sollten wir ja wohl auch schaffen, aber Mieschen. Das schaffen wir auch. Oh, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das mal geschafft, aber ich habe vergessen, wie es geht. Ja, wir geben einfach in Valentine eine Umschleidekabine. Spieler in Trupp versus... Äh, ist der Främisch? Keine Ahnung. Nein, das machen wir nicht. Nein, das ist... Oh, wir können angeln gehen. Nee, das machen wir auch nicht. Wir trankeln rum. Kopfgeldjäger gibt es ja auch noch. Hä, können wir nicht einfach auch Fische erschießen? Wir müssen doch nicht angeln, oder? Warte. Doch, gefangen bedeutet geangelt. Äh, huch hier. Hier kippert der Boden. Äh, gesuchte von... Obwohl verschieden... Genau, das Problem sind halt verschiedene Fische so. Ja, das war voll nervig. Briefen aus New Austin abliegen. Obwohl. Aus New Austin, dann müssen wir erstmal in New Austin sein. Nein. Warum? Bist du... Und mehr als eine bei Kopfgeldjäger-Sachen. Ja. Also kämpfen wir uns einfach durch die Map. Also erst New Austin dann, oder... Oder wollen wir einfach das ignorieren und dann halt einfach unterwegs sein? Ich würde... Ich würde... Es gibt auch mehr als eine gesuchte Zielperson auf einmal abgeliefert. Ja, würde ich sagen. Ich bin ja hin. Und... Ich weiß nicht, hast du die Händler-Karriere hast du ja nicht, ne? Nö. Äh... Sammler aber können wir... Da war ich ja für 10 Gold am Sammeln und dann kam Naturkund daraus. Oh, ist schwierig. Okay, egal. Dann erst uns einfach trotzdem nach Valentine erstmal. Müsse. Wir haben auch noch irgendwas in dieser Folge gemacht. Also statt uns zu orientieren, machen wir erstmal Wegpunkte bei Valentine. Ja. Ja, Valentine kann man, glaube ich, ganz... Ja, viel Spaß in dieser Richtung. Oh, reitig in die falsche Richtung. Also ich glaube, es geht auch da lang, aber... Da war meine Orientierung wohl. Futsch. Ey, jetzt bist du deutlich vor mir. Egal, dann schüttel ich mir ein bisschen. Ich bin gerade erst noch drinnen. Freitag nicht schnell. Deutlich, so. 10 Meter. Ja, du warst schon eine Ecke. Also schon nicht wenig. Oh, mein armes Pferd. Äh. Oh, jetzt ist es gut an. Oh, ne Bete. Äh, wir sind noch in keinem Trupp. Ich habe gar keine... Ach, Herr Jun. Ich habe gar keine... Ach, wieder die Formale. Ich bin die ganze Zeit so hell. Warum wird mir nichts angezeigt? Ja. Ah, Ghost Riders wieder in se... Ghost Riders. Ghost Riders. Ja, Trupp. Ghost Riders. Trupp wieder weitreden. Ich finde es auch gut, dass die Pferde so bei so einer Steigung und Schnee einfach so sind. Ja, ich stehe hier jetzt erst mal. Ja, ist echt so. Bei Schnee würde ich halt locker erst mal weggewandelt sein. Also zumindest bei so viel Schnee. Also zu viel... Schnee ist schön, keine Frage, aber Schnee ist auch irgendwie... Schnee ist kalt. Schnee ist kalt. Wow. Schnee ist kalt. Schnee ist kalt. Wow. Da war wieder Erkenntnis am Start. Auf jeden Fall. Schnee ist schön, wenn auch schönes Wetter... Also wenn so Sonne und so und Schnee Sturm ist halt... Naja, ich finde Sonne tatsächlich bei Schnee scheiße, ehrlich gesagt. Ja, es blendet halt mega, aber... Also es sieht schön aus, aber es blendet halt... Fuck, also deine Augen sind halt... Oh, versteck, versteck, versteck ist weg. Ähm. Ja, da sind auch andere... Aber auch beim Skifahren ist Schnee das Beste, was du haben kannst, weil du dadurch Schatten hast. Und ohne Schatten bist du halt blind, hofer Piste. Hä? Ja, aber beim Skifahren ist Sonne sehr, sehr gut. Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, ich habe es nicht verarbeiten können. Sonne ist gut beim... Ja, beim Skifahren. Weil du dadurch... Weil du dann Schatten hast. Genau, weil du Hügel sehen kannst und den Schnee schön... Wenn er nicht so süß wird, also morgens halt. Alles klar, ein bisschen Gebrauchfamil, mein Lieber. Alles klar. Ich muss übrigens auch dringend hier Fleisch braten oder so mal, weil... Die letzten Auseinandersetzungen, ich hatte nichts mehr, was ich essen konnte und meine Gesundheit hochbringen konnte. Oh. War ein bisschen problematisch. Ja, das glaube ich. Boah, aber schön sieht es schon hier aus, so. Auf jeden Fall. Ich liebe es halt wirklich die Besannschaft bei Red Dead. Ja. Auf jeden Fall. Also grafiktechnisch... Also grafiktechnisch ist es wirklich schon ein... Spiel, was auf so ziemlich dem höchsten Niveau momentan ist. Also gerade auch im Online. Also für Online-Spiel, Alter. Da merkt man aber auch immer, dass es dann auch so kleine Kinderkrankheiten bekommt. Ja, und auch so... Also storytechnisch gut. Da ist im Online-Modus eher weniger vorhanden. Nur man kann nicht lange spielen. Aber das entwickelt sich halt. Das merkt man ja auch, dass es immer mehr kommt. Also ich weiß ja nicht. Ich meine bei GTA, ne, sind die auch... Da gibt es halt alle. Da gibt es halt mega viel, immer mehr. Und Red Dead wird immer so ein bisschen... Oh, ich habe den Weg verpasst. So ein bisschen außer Acht gelassen. Uäh. Oh ja, hier bimmelt es. Hä, was bimmelt denn hier? Bimmelt, bimmelt, bimmelt. Hier klimpert es auch. Bestimmt Nest, Nest. Okay, wir wissen, war Mietgewehr neben mir dafür. Ich habe gelernt, ich habe es einmal kaputt gemacht. Äh, das war lustig. Äh, äh. Ich finde es halt immer noch komisch, dass man Nest da vom Baum einfach runterschießen kann und dann Eier einsammeln kann. So realistisch auf jeden Fall. Allei. Hä? 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 Ah. Das ist sehr schwierig, so ein Ei zu bekommen. Ein Vogelei. Ja, okay. Hä? Hast du... Hast du ein anderes Ei? Also ich habe ein Aalei, da. Weiß ich nicht, bei mir ist schon einfach Vogelei. Wirklich? Aha. Vielleicht ist das random. Ich weiß es nicht. Aber es klimpert immer noch, oder? Aber was klimpert hier? Weiß ich nicht. Hä, das klimpert immer noch, ich glaube, das ist doch immer noch das... Oh, es ist immer noch. Ja. Mein Gott. Das ist halt immer weiterklingelnd, obwohl man es schon längst gefunden hat. Mein Gott. Oh, hallo. Guten Tag. Bappi-Tee. Ein Bappi-Tee. Nein, wir demozieren jetzt nicht vor. Nö. Aua. Huch. Ei, ei, ei. Da haben wir wieder... Oh mein Gott, irgendwie... Achso, ich... Was denn? Ach, was denn? Wegen... Wegen... Das habe ich gar nicht bedacht, dass ich es ja auch abgezogen bekomme, regelmäßig. Wegen meiner um... Etwas unfreundlichen Umgebung hier. Achso, ja, ich habe vergessen. Er hat mir einfach... Er war eigentlich praktisch kältetot. Alles klar. Habe ich noch... Ich erst mal ein bisschen Großwildfleisch. Äh, natürlich 100 Kekse. Okay, erst mal gute Ernährung. Kekse. Äh, die bringen sogar voll viel. Hä, Kekse sind gut. Ja, aber sind mühselig, weil ich da lieber so eine Dose Wohnen reinhauen. Erst mal voll die Umweltverschmutzung, dann irgendwo hinkladdern. Man kennt es. Ja. Ach, ja. Well. Ja, eine große Reise. Eine sehr große Reise. Manchmal auch sehr umständlich einfach sind. Ja, weil es halt auch nicht... Heiß ich nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Aber vielleicht ist das wirklich der schnellste Weg. Theoretisch. In der Praxis aber nicht. So. Ja. Zum Beispiel gehen auch ganz viele Wege durch Strawberry. Aber bis du durch Strawberry durch bist... Da... Oh mein Gott. Du kannst natürlich auch durchfreshen. Aber dann kannst du die ein oder andere Karabulage bieten. Ja, richtig. Das ist halt... Bisschen eng. Aber Strawberry ist richtig schön. Das ist eine meiner Lieblingsstädte, weil sie einfach schön sind oder so am Dächlein durchfließt und so. Finde ich richtig toll. Ich finde es aber halt ein bisschen eng einfach. Ja, es ist halt mega eng. Aber in Strawberry würde ich glaube ich... wäre einer der Städte, wo ich am liebsten wohnen würde. Wenn du in einer Stadt in Red Dead wohnen würdest. Wo wäre das? Ich finde es so... Hm... Warte, ich denke kurz. Natürlich im reichen Viertel von Saint-Denis. Ja, klar. Ja, klar. Aber Saint-Denis finde ich halt die Umgebung gar nicht schön. Das ist mir viel zu spiel. Ich glaube, ich finde Rose eigentlich ganz gut. Tatsächlich dann. Oder auch Paramoreal Dread. Ich mag's abgelegen. Das stimmt. Das wird auch mega zu dir passen. Ich habe einfach irgendwo so einen Hippie-Hofen. Ja. Ich bin so eine durchgeknallte Fuse. Ja, ich glaube, ich wäre tatsächlich so der Strawberry-Mensch. Weil ich glaube, das Klima wäre voll schön. Also so ein angenehmes Klima. Du kannst schnell zwischen wärmer und kälter wechseln. Da fließt ein Bach durch. Ja, das wäre so ein bisschen. Ich habe 5 Cent Geld. Valentine ist halt etwas dreckig. Ja, und Valentine ist halt so... Es ist schon ein bisschen die geile Stadt, aber es ist halt zum Leben etwas dreckig. So eine Schlamm-Einkaufsstraße geht besser. Was mussten wir denn jetzt machen? Gürtelschnalle wechseln, oder? Gürtelschnalle, genau. Jetzt können wir uns ja... Oh, da ist ein Dude. Parke mein Pferd mal. Ich bin mal so frei und parke mein Pferd. Oh, du bindest... Okay. Genau, weil Sprung alles klar. Ist es echt so? Okay. Hi, ma'am. Ja, nimm du dir mal wieder die Mämen vor, hier. Hallo, ich wechsle nur meine Gürtelschnalle. So nennt man das heutzutage. Gürtelschnalle wechseln. Hallo. Garderobe. Beide. Du wirst du mal vordrängen. Gürtelschnalle. Aha. Was nehm ich denn? Ich war... Hör, ich hab gar keine ausgerüstet. Ich hab sonst... Ja, es war doch ziemlich... Hab ich. Doch, doch, doch. Ich dachte schon. Aber was nehm ich denn dann mal für eine? Ich nehm die uneherhaft Gürtelschnalle. Nein. Ich bin ein Ehren... Ich wäre schon richtig... Ja. Ehren-Madden. Ja, auf jeden Fall. Wie hier sieht denn ganz cool aus? Ich weiß nicht, die sind alle sehr, sehr basic. Hab ich jetzt einfach mal... Anführer-Gürtelschnalle. Ich nehm die Anführer-Gürtelschnalle. Alles klar, ne. Ich wechsle jetzt direkt wieder zu meiner Kopfgelder. Oh, wir sind schon mal 14 Minuten, ne? Ja, dann würde ich sagen... Schon enden wir mit Gürtelschnallen. Wir schießen uns mal. Ich war jetzt nicht so mega spannend, aber... Ja, es geht ja auch erst mal los. Was da noch so kommt, ne? Also bei uns ist ja so eine Katastrophe vorprogrammiert. Dat ist richtig. Dann würde ich sagen... Ja. Schönen Fall. Ja, tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.